Ich will wieder nach Hause, bin hier so allein. Was kommt denn noch her? Ich will zurück an dir das sehen. Liebe Konzertbesucherinnen und liebe Konzertbesucher, mit 1, 2, 3 oder auf Englisch 1, 2, 3 startet der Männer vor heutigen Liederblock an dem heutigen Gemeinschaftskonzert. Rock Around the Clock heisst der Legendärsong von Bill Eilind and his comments. Das hier hat 1954 nicht nur eine Gerotstunde von mir, sondern von allem von der modernen Popmusik eingeblüht. das hier so oft viel ver它 different. We are ourencies in the world. The world we are, we are our champions. No windows, we be the relevance of the national even small unbe revision. We repeat that song go together so we are hot we are, hot we are, hot we are hot we are, hot we areISE. We are our탄 last, hot we are hot we are hot we're, hot we are hot we are, hot we are hot we are, hot we are, hot we are hot we are. When the banks rise to right streams you end to the war, Ich bin der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Ich bin der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Ich bin der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Ich bin der Mann, 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 der Mann Applaus 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 Heute unter die 50-Jährige ist das neue Stabil, das ursprünglich aus Neuseeland fuhrt. Also, fast ein wenig aus dem Seeland. Das Walfängerlied oder der Schenke-Song ist letztes Jahr zu einem absoluten Hit geworden. Ein junger schottischer Sänger, Nathan Niemann, ist mit diesem Lied plötzlich denkt bewirkt worden. Wir freuen uns, euch jetzt das Lied vorzutragen. Willerman! Das Walfänger Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020